Hallo, ich bin Zafin und willkommen zu meinem Vortrag. Heute will ich mit Ihnen über diesen Frühling und Sommer sprechen. Ich habe einige Feier, darauf ich mich freue. So erst mache ich im Juni meinen Abschluss. Ich habe Informatik und Cognitive System studiert und ich bin sehr glücklich. Ich habe sehr hart gearbeitet. Wegen Covid werde ich eine kleine Party nur mit meiner Familie haben. Aber ich werde noch immer Spaß haben. Der andere Feier, darauf ich mich freue, ist mein Geburtstag. Am 5. Juli werde ich 23 Jahre alt. Wow. Danke an ein Lied. Das heißt, niemand mag dich, wenn du 23 Jahre alt bist. Also ich hoffe nicht. Vor meinem Geburtstag will ich nach Penticton gehen. Und natürlich würde ich nur gerne, wenn es nicht gefährlich ist. Aber ich habe dort einmal besucht und ich habe es geliebt. Wenn ich dort bin, möchte ich wandern und schwimmen gehen und auf frisches Obd essen. Die Kirchen in Okanagan sind sehr süß und lecker. Letzten Sommer haben meine Eltern für mich Küchen in Okanagan gegeben. Und ich habe sie gern gegessen. Wow. Um diesen Urlaub zu machen, musste ich Geld werden. Ich habe einen Teilzeitjob, wo ich 25 Stunden pro Woche arbeite. Ich mag meinen Job, weil er interessant ist. Ich arbeite mit meiner Personalchefin und wir schaffen Programme für Maschinen zu lernen. Es ist gut. Wenn ich nicht arbeite, möchte ich draußen verbringen. Im Sommer liebe ich das Wetter, weil es heiß ist. Ich kann Kleidung oder kurze Hülsen tragen. Es ist nett. Ich hoffe, dass ich viele Fahrrad fahren kann. Es ist meine Lieblingsaktivität und auch mein Lieblingsverkehrsmittel. Es ist immer schnell. Ich fahre meistens mit meinem Vater Fahrrad, aber manchmal kommt mit uns meine Schwester. Ja, wir haben es fast zusammen. Ja, das ist alles. Danke für das Semester, Professorin.